Wir hängen Ja, wir fliegen in dem Ja War bloß nicht laut Bitte, ich bitte das Rauchen wäre bis Fluges einzustellen, danke Was sagst du ja quasi? War bloß nicht laut, wie du gestrehen hast War echt so laut? Ich glaube Jetzt den LKW fallen lassen, weißt du, ne? Ja, ich glaube, es ist ein LKW Das ist ein LKW Ich glaube, es ist ein LKW Oh, der A-Mail 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 Oh, dann sagt Ich lege den Punkt hin Ja, das Ding hat kein LKW Das heißt, sollten wir Am 50 Die B-6 Das ist ein LKW Das ist ein LKW Das hat das Fahrzeug Das ist ein LKW 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 So thì Der LKW ist so weit Der kann gleich hier stehen bleiben Oder muss nichts hin Geflogen werden Wieso kannst du mich eigentlich hören? Weil ich ein gutes Headset habe Nee, weil ich einen Lauter Streit Academy Ja, du fragst doch nicht so Oh, wie das aussieht manchmal, ne? Haha! Haha! Was? Alter Falder, ne? Also... Schon ein paar Meter? Digga, wie du uns so 10 Meter da vorm Boden fallen lässt, ne? Ist schon gewagt. Was denn? Ich wollte nur dein Gesicht in der KM sehen. Sind ja nur meine 1,8 Mille. fim wir heute wieder. Ja. 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 Zwass wird das mal din Надо! Vielen Dank.